Der neue Champion in der FIA-Truck-Europameisterschaft heißt Adam Laczko. Nach zwei zweiten Plätzen in den vergangenen beiden Jahren hat es der Tscheche nun also endlich geschafft. An einem dramatischen ersten Tag im spanischen Jarama, mit einem Unfall im Qualifying, Überhitzung der Bremsen und einem Motorproblem, darf Adam Laczko trotzdem bereits nach Rennen 1 den ETRC-Meistertitel feiern. Polesetter am Samstag war allerdings Antonio Albacete, der Spanier, eine halbe Sekunde schneller als Adam Laczko. Zum ersten Mal springen die Ampeln auf grün, Albacete führt das Feld Richtung erste Kurve. In Runde 1 nach Kurve 3 kommt es dann zum Unfall. Das Ganze hier aus der Sicht von Gerd Körber, Kosim und Rodriguez mit involviert. Das Rennen wird abgebrochen und 20 Minuten nach dem Unfall neu gestartet, wieder über die volle Distanz von zwölf Runden. Erneut geht Antonio Albacete in Führung vor Adam Laczko. Und Frankie Wojticek biegt am Ende von Runde 1 ins Kiesbett ab. Kein glücklicher Start für ihn ins Wochenende. David Wojticek kämpft mit Jochen Hahn um die dritte Position. José Rodríguez, der Gesamtführende im Promoters Cup der Portugiese, überholt. André Kosim, den Zweitplatzierten in dieser Wertung. Norbert Kiss scheidet kurz vor Ende mit Lenkungsproblemen aus. Albacete gewinnt Rennen Nummer 1 vor Adam Laczko und Jochen Hahn. Der Start zum zweiten Rennen. Wir sind on board mit David Wojticek auf Position 5. Rodriguez, der portugiesische Polsetter, rutscht ins Kiesbett, verliert die Führung und reißt Sascha Lenz mit ins Verderben. Wojticek nutzt die Chance eiskalt, geht in Führung, dahinter dann Gerd Körber. On board mit Kosim nach Runde 1, noch vierter, wird vom Teamkollegen Kiss überholt, fällt zurück bis auf die neuen Albacete. Kämpft sich vor auf Rang 2 hinter David Wojticek. Gegen Rennmitte die Top 5. Laczko, der neue Champion, überholt hier Steffi Halm und geht vor auf Rang 6. Der Kampf um die Führung zwischen Brzezki und Albacete, dahinter die beiden Teamkollegen Körber und Hahn. On board mit José Rodriguez, der endlose Zweikampf mit Kosim. Der Portugiese zieht hier mal den kürzeren und muss durch den Kies. Brzezki gewinnt, holt sich den ersten Saisonsieg. Zweiter wird Antonio Albacete, dritter Gerd Körber. Insgesamt 27.000 Fans sind in Jarama beim Saisonfinale mit dabei. Und die sehen beim Rennen 3 am Sonntag Norbert Kiss und Adam Laczko in der ersten Startreihe. Dahinter dann Antonio Albacete und Jochen Hahn. Steffi Halm und Brzezki, die nächsten. On board mit Adam Laczko, der hier von Jochen Hahn überholt wird und auf Rang 3 zurückfällt. Antonio Albacete mit Bremsproblemen, die er hier gehabt haben soll, wird von Steffi Halm überholt. Im Ziel Norbert Kiss, ganz vorne feiert seinen sechsten Sieg der Saison und sichert dadurch auch Rang 3 in der Gesamtwertung. Große Freude also beim Ungarn, flankiert von Jochen Hahn und Adam Laczko. Start zum letzten Rennen der Saison mit Polsetter, Antonio Albacete und Gerd Körber in der ersten Startreihe. Die rückwärtige Kamera des Spaniers zeigt seinen guten Start. Gerd Körber verteidigt Position 2 im Kampf gegen Sascha Lenz, den Mann im Truck mit der Startnummer 30. Steffi Halm überholt David Brzezki in Runde 3. Der Tscheche geht ins Kiesbett und wird dann von vielen weiteren Konkurrenten überholt. Und unter anderem von Jochen Hahn und von seinem Teamkollegen Adam Laczko. Brzezki stellt seinen Truck kurz darauf mit einem Reifenschaden am Streckenrand ab. Antonio Albacete beim letzten Saisonrennen in Führung. Und wir sind on board mit Steffi Halm in Runde 6, die auch von Jochen Hahn überholt wird. Halm danach nur noch Vierte. Der entthronte Champion Jochen Hahn schafft es kurz vor Rennende noch Gerd Körber zu überholen, ist Zweiter. Die Zielflagge als Erster sieht aber Antonio Albacete und Jochen Hahn auf Platz 2, Gerd Körber auf Rang 3. Und im Anschluss ans letzte Rennen gibt's wie immer in Yarrama als Dank für die vielen Fans, die gekommen sind. Ein paar Donuts, qualmende Reifen und auch Lokalmatador Antonio Albacete bedankt sich für die Unterstützung auf seine ganz spezielle Art. Und erst danach gibt's die letzte Siegerehrung der Saison. Antonio Albacete erster, Jochen Hahn zweiter, dritter Gerd Körber, der in seinem letzten Rennen nach 30 Jahren Truck Racing eine letzte Champagnerdusche genießt. Und in der Endabrechnung auf Rang 7 landet, ganz oben Adam Latschko vor Jochen Hahn und Norbert Kiss.